Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Am Mikrofon sind wieder einmal Wolfhuss und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Oh, die Paula sieht immer wieder gut aus, Alter. Das muss ein bisschen laufen, sag. Jawohl. Ganz guten Aufpassen. War der Gegner schon kurz am Ball? Nee, das sah so aus. Viel Geduld da jetzt im Spielaufbau. Da ist die Flanke. Weiter diese Szene, immer noch gefahren. Oh, kommt der mich vor die Füße. Ach, komm. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Oh, shit. Ich denn so schön laufen und was macht er denn? Ups. So kann er da hingehen, ist absolut gelbwürdig. Für das Foul zeigt er die gelbe Karte. Und so früh vor der Füße zu sein ist natürlich ganz schlecht für den Spieler. Er kann klären. Vorne jetzt die Blatt. Ach. Und jetzt dieser tolle Steilpass. War kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Guter Vorstoß da jetzt. Und jetzt der Schuss. Ja, wird geblockt. Ja, ich will keinen so großen. Oh, der kleine, der dabei steht, der wird auch nicht viel ausrichten können. Ja. Das sah nicht nach IV aus. Ach, das spielt doch auch direkt. Der Andi läuft doch da. Das frühe stören jetzt. Ach. Keller. Das macht er gut. Scheiße. Wollte ich warten, bis du da schön in die Gasse wüsst, dann war das natürlich wieder scheiße. Dumm. Das könnte was werden. Balkon rein. Ja, da saß der Trauer natürlich. Dankeschön. Gut durchgesetzt. Gefährlich. Das ist natürlich harmlos. Da muss die Abwehr nichts machen, das war ungefährlich. Ach, wo köpst du denn hin? Boah, ich hab alles gegeben. Machen Sie jetzt gut. Noch steht sie unentschieden, aber sie waren viel Druck. Schöne Eins, aber richtig, dass sie da klären. Macht er ihn? Was für eine Rettungstatke erhalten. Nur als konstruktiver, äh, konstruktiver Vorschlag. Du läufst schon wieder überall rum im Günün, ne? Das ist jetzt gerade wieder auf außen. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Da ist er da und hat die Flanke. Also du musst halt echt das Zentrum da nicht machen. Uuuh. rausgeholt weil ich dachte die spielen wieder auf den großen guter action das shit hatten wir noch auch auf arnie mann mal gucken ob man auch den zieh kriegt